Erwachsene Hunde in einem Haushalt werden üblicherweise für ihr Fehlverhalten bestraft, sei es durch Entzug von Leckerlis oder durch einen leichten Klaps auf den Hintern. Allerdings glaubt die Mutter dieses Welpen, dass es noch zu früh ist, um ihren Sohn zu erziehen. Die Chinesen verblüffen immer wieder mit ungewöhnlichen Videos im Internet. Ein solches zeigt angeblich eine Hündin, die ihre Welpen vor den Hausschuhen ihres Besitzers verteidigt. Glücklicherweise gab der Mann in den Kommentaren an, dass er seine Hunde niemals schlägt und das Video als Ergebnis seines Trainings gedacht war. Innerhalb weniger Monate hatte er seiner erwachsenen Hündin beigebracht, ihre Welpen zu streicheln und zu beschützen.